Nacheinander meine jüte hier das ist schon kompliziert nur sie schon sehr kompliziert hier das ist auch reif und das ist reif und das ist reif und das ist reif und das und das und das auch ne ich war es nicht reif aber egal endlich kommt hier mal ein bisschen rendite raus rentabili die rentiert und endlich rentiert sich so keras so passt auf ich hab hier was für euch ja fein ade dann holen wir jetzt noch ein paar schäfchen dann hätten wir das problem schon mal geklärt und wenn wir dann die ganzen schäfchen haben das macht alles keinen sinn wenn ich sowieso da hinten in die steppenlandschaft geht dann ich weiß was ich brauche mir sein zweites bett geht da hinten in die steppenlandschaft warum wir da einen kleinen dreck palazzo dort kommt alle draus nehmen ein paar fackeln mit und natürlich zu futtern so ihr hühner also wenn da jetzt nicht was zusammenkommt dann weiß ich auch nicht jetzt nehmen wir erstmal noch ein paar auseinander den da und den da und den da und der da und der da und die trudi und die getrude und die sieglinde und den johann so und ich hab natürlich die sitz nicht dabei wie könnte es anders sein blöde viecher ich wollte mich jetzt verarschen mit 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 du stirbst und du stirbst und und da hinten war noch ein hun du stirbst auch so finito so jetzt ist es wieder ziemlich leer 1 2 3 4 aber wozu haben wir so viele eier und andere hühnchen du da und du da und du da und du da so macht meine liebe so damit ihr alle groß und stark werdet genau und ich geh jetzt da rein und ich schlafe bei nacht guten morgen gute nacht so dann leg ich das jetzt hier alles ab die oak 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 bitte sollte ich noch aufheben denn daraus brauche ich mir jetzt noch ein zweites bett so weil ich nämlich jetzt die hühnchen brate und das gold hier hin lege und die wolle brauche ich nicht und das auch gut lasse ich mal da die pilze kann ich im zusammenhang mit dem den pilzen den pilzen und dem da kommt fenster wäre eigentlich auch nicht verkehrt so so das reicht aber so das wären die verkehrt koppelstone eine kiste so damit müsste ich jetzt eigentlich alles haben wirklich wirklich alles haben was ich dann irgendwie für den außenpostenenden brauche um mir da meine residenz hinzustellen und hier diesen bunkel dann bald zu räumen hab ich das eisen ja gut 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 kohle habe ich nicht kohle wäre noch ganz sinnvoll damit ich mir fackeln machen kann ja halt so jetzt jetzt aber auf ins schöne land hallooo ich komm vom vom kalten süden komm ich her mir friert das an der nase sehr ja was ist das da vorne das ist ein schaf darum möchte ich jetzt gleich fragen haben sie vielleicht was für einen verstimmten markt boah ist das geil hier guckt mal guckt mal guckt mal guckt mal hier so da so darauf so hier genau da so hier so ausfüllen und das haus drauf packen dann hat man da hinten so einen und da da sieht man den wald äh den schnee da sieht man einfach nur mehr ist ja geil hier bleibe ich und ich habe es mir gerade anders überlegt dieses haus werde ich nicht obwohl maub schütten äh dieses haus werde ich nicht von unten nach oben aufbauen wenn ich werde auf jeden fall in diesem let's play mal ein haus von unten nach oben aufbauen aber nicht dieses weil es mir einfach zu blöd ist. So, bleiben wir sehen. Hier drüben würde ich das eigentlich noch besser eignen. Dann kann man hier quasi so eine Abstufung machen und hier in den Garten runterführen. Dann müsste ich da links auch gar nicht so künstlich hochbauen. Sondern kann das hier so natürlich auslaufen lassen. Machen wir das auch hier natürlich wieder renaturalisieren. Renaturieren. Das schaut nicht naturell aus. Naturell. So. Renaturalisierd. Halt. Schaufel. So. Merk damit. Gut, wenn ich auf dem Niveau, dann kann ich hier so rumziehen. Und dann pflanze ich da einfach mein Haus rein. So. So. Hallo. Das wird ein schönes Haus. Das ist eine geile Lage hier. Mit den Bergen außen rum. Hey, guck mal. Das sind Sonnenblumen. Ne, das sind keine Sonnenblumen. Was sind das? Da holt sich eine einrunde runter. Ey, verrübscht. So. Gut, dann machen wir hier mal jetzt weiter und reißen diesen komischen Turm ab. So. Wie ich das da hinten mache, weiß ich noch nicht so ganz. So. Und dann baue ich seit hier noch meine kleine Bauarbeiterhütte hin. Wo baue ich die hin? Wo baue ich die hin? Wo baue ich die hin? Sollte nach Möglichkeit nicht ganz zu nah sein, damit ich mir nicht selbst im Weg bin. Hier ist doch ein schönes Plätzchen. So. Direkt mal mit Dreck aufkippen. Yo. Ja. Halt. Oh, guck mal. Da kommt jemand. Der will uns auf unsere Baustelle besuchen. Hallo. Hallo. Nö. Ja, äh, er hatte schlagkräftige Argumente für die Baustelle hier. Und ist natürlich auch der Meinung, dass das hier ein tolles Haus wird. Er wollte uns allerdings nicht vom Bau abhalten. Glas. So. Glas, Glas, Glas. Glas, 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 Glas. Glas. Ähm. Mist. Mist. Egal. Bett. Truhe. Weg 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 Schnell! Bevor es dunkel wird. Weg, weg, weg! Weg, weg, weg! So, jetzt muss ich ganz schnell mein Dreckloch wieder fertig bauen. Bevor es dunkel wird. Ähhhh... So, so. So. Dreck weg. Ich kann auch nicht sleep at night. Ich könnte auch am Tag schlafen, wenn ich dürfte. So ein stilvolles Spitz-Dach. Spitz. Sehr stilvoll. Ähm... Man könnte meinen, dass... Und so, ne? Ähm... Eine Tür ist obligatorisch. So. Jetzt muss ich das ausprobieren. Ähm... Nein, ich muss als erstes eine Fackel machen. Sonst geht hier das Licht aus. Habe ich bei mir zu Hause in meinem Bunker die Tür zugemacht? Gute Frage, Kollege. Gute Frage, Kollege. Ich muss mich mal sehen, bevor uns ein Creeper hier die Party sprengt. Gute Nacht. Hallo! Gute Nacht. Gute Nacht. Gute Nacht. Gute Nacht. Gute Nacht. Gute Nacht.